Mit einem internationalen Aufruf haben mehr als 500 Schriftsteller in Zeitungen und im Internet ein Ende der Massenüberwachung durch Regierungen und Geheimdienste gefordert. Zu den Initiatoren der Aktionen gehören in Deutschland auch der Journalist Jakob Augstein und die Schriftstellerinnen Eva Minasse und Juli C. hier links im Bild. Hintergrund der Aktion sind die Ausspähungen durch US-amerikanische Geheimdienste, aber auch Russland und China stehen in der Kritik.